Zeit, Ihr XRP zu verkaufen. Ausweichen. Seien Sie kein Opfer. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, wo immer Sie sind, wann immer Sie sind. Vielen Dank, dass Sie sich meine Videos angesehen haben. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich bin hier in Dubai. Ich hoffe, es geht dir gut. Mann, wissen Sie, Kryptowährungen steigen und fallen wieder. So ist es halt. Bitcoin ist im Minus und du hast Angst. Sie fragen sich, was als nächstes passieren wird. Wir werden darüber reden, sobald wir eine Chartanalyse für Bitcoin durchführen. Und wir werden auch über Ethereum sprechen. Was ist los? Muss man vor dieser Müllkippe Angst haben? Was ist los? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nun, ich werde es dir sagen. Offensichtlich geht es darum, eure Pferde im Zaum zu halten, aber darüber werde ich euch in der heutigen Folge etwas mehr erzählen. Bleiben Sie also unbedingt auf dem Laufenden. Und wenn Sie Interesse am Handel haben, können Sie dies bei Coindwee tun. Oder kaufen Sie es bei bybit.davinciar15.com. Die Links finden Sie in der Beschreibung unten. Okay. Stellen Sie sicher, dass Sie sich für mein Treffen anmelden. Wenn Sie hier in den VAE oder Dubai sind, ist es der 14. April. Es gibt, wissen Sie, begränzte Sitzplätze. Wir werden sehr bald keine Plätze mehr haben. Stellen Sie also sicher, dass Sie sich wo allen anderen anmelden, sonst kommen Sie nicht. Okay. XRP löst bei einem Marktcrash einen Volumenanstieg von 125% aus. Oh, verdammt. Wissen Sie, das XRP-Volumen ist nur dann gestiegen, wenn alles im Keller ist. Das ist ein schlechtes Zeichen. Sehr schlechtes Zeichen. Das bedeutet, dass die Leute aus einem Vermögenswert aussteigen, den sie halten, in der Hoffnung, dass XRP einen bemerkenswerten Anstieg des Handelsvolumens um 125% ausgelöst hat, da alles andere gestiegen ist, und die Dinge, und dies ist nicht gestiegen, da der Kryptowährungsmarkt einem deutlichen Abschwung ausgesetzt ist. Leute steigen aus. Habe ich euch nicht gesagt, dass ihr das nicht kaufen sollt? Der Kauf von XRP ist wie eine Stimme für die Federal Reserve, oder? Stimmen Sie für Ihre Versklavung. Das ist es, was Sie tun. Es ist unlogisch. Oh ja, ich werde Geld in etwas stecken, das mich versklaven würde. Ja, tschüss. Was machst du? Rechts? Ich meine, okay, Sie könnten es handeln, aber kaufen Sie es nicht und behalten Sie es. Sei nicht verrückt. Den CoinMarkt-Daten zufolge hat XRP also einen Anstieg des 24-Stunden-Handelsvolumens um 138% erlebt, nicht um satte 4 Milliarden, 4 Milliarden Menschen, die versuchen, auszusteigen. Gut. Denn keine Sorge. Wissen Sie, die Market Maker müssen diese Tüten nehmen und halten. Sie können den Marktmachern also sagen, dass dies den Preis hochhält. Wissen Sie, es gibt uns einen Aufwärtstrend. Sie können hier sehen, dass dies ein Aufwärtstrend von XRP ist, aber mit zunehmendem Anstieg niedrigere Höchstwerte. Ist dieses Ding also dazu bestimmt, kaputt zu gehen? Es sieht so aus, als ob dieses Ding hier sogar bis zur 40-Cent-Marke durchbrechen wird. Achten Sie also darauf. Und wofür verkaufen Sie Ihre stinkende Kryptowährung XRP? Nun, wenn Sie Ihr Geld riskieren wollen, stecken Sie es in ein Brot. Es ist ein hohes Risiko-Chasen. Ich weiß nicht, ob es extrem gut laufen wird, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist höher, oder? Nun, die Wahrscheinlichkeit, etwas Geld zu verdienen, ist höher als bei Ihrem XRP. Und wenn Sie daran interessiert sind, zu erfahren, wie man welche im Basisketten-Netzwerk kauft, habe ich in der Beschreibung unter diesem Video auf Instagram einen Link für Sie, der Ihnen zeigt, wie man es dezentral macht. Natürlich gibt es Börsen, an denen man Brot kaufen kann. Und genau das würde ich vorschlagen. Aber wenn Sie das auch tun, sind Sie etwas risikoaverser, alter, dann Shiba. Shiba Inu. Denn weißt du was? Shiba hat zumindest nützliche Grundlagen, oder? Im Vergleich zu XRP. Okay? Das ist jetzt ein beängstigender Moment. Die salvadorianische Presse äußert Zweifel am Besitz von Sparschweinen. 80% der BTC stammten von Bitfinex. Oh, wenn ein Nationalstaatsführer nimmt sein Vermögen in Besitz. Das ist ein Hochziehen der Augenbrauen. Sag was? Das heißt, er sieht etwas Kommendes und muss rechtzeitig etwas unternehmen. Das haben ihm einige seiner Berater gesagt. Nun mag es falsch sein, aber ich würde vorschlagen, wenn Sie Geld bei Bitfinex haben, lassen Sie sich von Ihnen inspirieren und rennen Sie weg. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Bitfinex Engagement auf nicht mehr als 5% Ihres gesamten Nettovermögens reduzieren. Wenn Sie also 10% Ihres Vermögens in Bitfinex haben, mit dem Sie handeln, sollten Sie es vielleicht auf 5% reduzieren, oder? Und Sie sollten nur auf Bitfinex handeln. Das ist irgendwie faul, oder? Mit dem Geld, das von dieser Börse kommt, oder? Sie werden in Ihrem kalten Portemonnaie in El Salvador festgehalten. Also, nur ein Wort an die Weisen. In Ordnung. Werfen wir einen Blick auf Bitcoin. Der Preis ist hier wahnsinnig niedrig. Kommen wir also zu den 15 Minuten. Wir befinden uns hier auf einem neuen Tiefpunkt, dieses Abwärtstrends. Wie gesagt, richtig. Wir wissen, dass wir uns der 200er Bewegungsperiode nähern würden. Einem gleitenden Durchschnitt von 4 Stunden. Ich habe versucht, hier ein paar Short-Positionen zu platzieren, bin aber kläglich gescheitert, weil es mich einfach daran gehindert hat. Hat mich aufgehalten. Hat mich aufgehalten. Es ist, was es ist. Rechts. Und Bitcoin hat wahrscheinlich noch einige weitere Nachteile vor sich. Sie sehen, dass wir uns wahrscheinlich auf immer 50.000 beschränken könnten, bevor wir tatsächlich wieder konsolidieren. Aber dieser Ort hier könnte eine Zeit für einen Aufschwung sein, da wir tatsächlich unter die 50.000 Marke fallen. Seien Sie also vorsichtig. In den kommenden Tagen. Dies könnte ein Hüpfbereich sein. Deshalb wissen wir es im Moment nicht genau. Wir müssen abwarten, ob uns Bitcoin derzeit eine gewisse Preisstruktur bietet. Wie Sie sehen, ist dies definitiv eine Abwärtsspirale. Wenn wir also im Grunde genommen würden, würde ich sagen, dass dies vielleicht der tatsächliche Fall wäre. Ähm, Ziele hier. Wenn wir diese Trendlinie hier über dieser Trendlinie durchbrechen könnten, wäre das ein guter Hinweis darauf, dass wir, wenn wir auf der anderen Seite eine Marktstruktur schaffen, hey, Sie wissen, warum wir das tun werden, höher gehen. Ja. Oder wir durchbrechen die Niveaus, das neue Widerstandsniveau, das bei 50.000, 65.000 Dollar liegt, 65.000, 644. Dann können wir sagen, dass Bitcoin höher steigen könnte, aber im Moment sieht es so aus, als würde Bitcoin noch weiter nach unten gehen. Also sei vorsichtig. Wenn Sie am Handel interessiert sind, stellen Sie sicher, dass Sie dies unter bybit.dawinci15.com, 2bit.dawinci15.com oder Coinlinks in der Beschreibung unten tun. Werfen wir einen Blick auf Ethereum, bevor wir es schließen. Ethereum ist genauso schlecht wie Bitcoin, oder? Die Dinge scheinen etwas beängstigend geworden zu sein, aber hey, so ist der Markt nun einmal. Aber Bitcoin und Ethereum werden große Verluste hinnehmen müssen, oder? Wir sehen einen Wert von 36% und das ist in diesem Markt normal. Seien Sie also nicht überrascht, wenn es zu einer großen Veränderung kommt. Kommt ins Theater in Ihrer Nähe. Bei Ethereum sieht es immer mehr danach aus, dass wir in dieser Abwärtsbewegung tatsächlich weiter nach unten gehen werden. Und Sie können sehen, dass dies, nun ja, von dieser Bewegung zu dieser Bewegung hier, ein Wert von 1,4618 ist, genau auf diesem Niveau, das hier genau den Wendepunkt für Ethereum darstellt im Grunde genommen, damit es hier seinen riesigen Anlauf macht. Das ist, wohin wir wahrscheinlich gehen, leider ein wahrscheinliches Ziel für Ethereum. Achten Sie in diesem Fall natürlich auf Umkehrungen. Und wenn das der Fall ist, möchten Sie vielleicht eine Short-Position eingehen. Aber wir sollten abwarten und sehen, was mit dem Marktpreis passiert, bevor Sie sich auf Short-Positionen einlassen. Und so warte ich immer noch darauf, dass das passiert. Du siehst Shiba an, oder? Shiba scheint zu versuchen, einen neuen Tiefpunkt zu erreichen. Hier unter der Nummer 2.400, aber ich weiß es nicht. Es sieht so aus, als würde es nicht halten. Wenn es hier abprallt, muss es die Marke von 2.030-3.000 durchbrechen, aber es sieht nicht so gut aus. Wenn es also fehlschlägt, rechnen wir mit einer Rückkehr zu 88,6, was leider 1.300 entspricht. Leute, tut mir leid. Das ist einfach die Art und Weise, wie der Ball springt. Ein weiterer 50-prozentiger Verlust durch diese Unterstützung. Es ist, wie es ist, aber die gute Nachricht ist, dass es wiederkommen wird. Shiba wird zurück sein. Mach dir keine Sorge. Und es wird zum Angriff übergehen. Vor allem, wenn die Second-Layer-Lösungen anfangen zu pumpen, werden Sie, Shiba, mit von der Partie sein. Stellen Sie also sicher, dass Sie in diesem Fall ein wenig Shiba in Ihrer Tasche haben. Okay. Vielen Dank an alle fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat die heutige Folge gefallen. Ich weiß, dass ich es getan habe und wir sehen uns morgen oder warten Sie eine Minute. Ich werde heute Abend in der Mondshow sein. Bleiben Sie also auch diesbezüglich auf dem Laufenden. Tschüss.